So, Freunde, willkommen. Ja, Wahnsinn. Neues Pekka. Na blödsinn, neuer Patch. Neues Pekka. Aber ja, kauf mir nicht, weil es ist nicht mein Account. Oh, please, LDN5. Und, wo ist mein Scheiß, R-Server, da sind wir wieder. Ja, ich bin immer wieder fremd unterwegs. Was ist für ein Auto, ein Mercedes? Okay, so. So, der Kollege hier, wo sie mal, 2282 Tage. Okay, Dungeon Teams, glaube ich, sind wir soweit in Ordnung, glaube ich, da müssen wir irgendwie nix machen. Es geht halt mal wieder irgendwie um RTA, ne. So, was sagt irgendwie so eine Monsterbox? Ja, das ist... Das will ich nicht sehen, da. Das will ich nicht sehen, verdammten Bird, ha. Na, Spaß, so. Also, schauen wir in RT. Also, C1, glaube ich, war sein Bestes bis jetzt. Jupp. Okay, okay. So, was haben wir da? Gelten hier, aber gelten hier ist so... Ah, keine Ahnung, so ein Wasser-Striker. Chongpong, einen Robo, einen Oliver, eine Josephine. Sind schon mal alle nicht so übelst. Sagar ist irgendwie nicht so meins, irgendwie ein RT, keine Ahnung. Darkpanda. Weiß ich nicht. Ist, glaube ich, irgendwie auch nicht so wild, ha. Wird, glaube ich, irgendwie zu viel CC'd, irgendwie so halt. Dominic, Monkey Word, Triple Revenge, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, ich glaube, trotzdem ein bisschen zu langsam, oder? Ich meine, ich kenne mich nicht aus mit Words, ja, und schon gar nicht mit Triple Revenge Words, und ich will auch nicht, ja. So, Leo haben wir. Leica haben wir. Okay, Leica. Bio-Blade Leica mit plus, nicht einmal 4000 AP, ich hab's schon mal vergessen. Tessa. Okay, Maji, Juno. Ja, ziemlich viel halt, ne, ziemlich viel Auswahl. Das ist einerseits nicht übel, andererseits, wenn die halt irgendwie alle so mittelmäßig geruhnt sind, ist halt auch scheiße, ne? So, dann haben wir Juno, Verage, also Verage, Shizuka. Verage, vielleicht auf Nana. Okay, Woosa. Ich sehe, ne, auch. Seveno off. Auf Crit, Draid, hier, Lulu, Vigor. Okay, da muss man, glaube ich, irgendwie, erstmal irgendwie aussortieren, ne? Die ganzen Units, die wir irgendwie nicht brauchen. So, na gut, Alter, ich würd's, ich würd's sagen, irgendwie so, ich mein, scheit auf irgendwie dieses, die untere Hälfte, irgendwie so, so, weiß ich nicht, ja? Die obere Hälfte, da mit, mit Wasser, oder halt irgendwie die erste Zeile, so Wasserstriker, Chongpung, Robo, Oliver. Aber, ich glaub, damit könnte man eigentlich schon, schon arbeiten, halt, ne? Das ist nicht so, was hat denn der? Okay, der ist auf Despair. Ja, das Ding ist, ich, ich mein, ich weiß nicht, ob das Schaffen, halt, ich find mittlerweile, n, n, striker, auf einem Will Offset gar nicht so übel, manchmal irgendwie, keine Ahnung, manchmal find ich's, ne? Bei mir zum Beispiel ist's recht, na, das sag ich lieber nicht, ha? Wenn ich halt mit Chongpung spiele, nicht Chongpung, Jogern, und ich kann nämlich scrollen, weil auf Will ist, nicht so übel, so, Chongpung, äh, was ist das, ha? Speed HP Attack wahrscheinlich, na, bin ich gut, gar nicht übel, die Stats, ein bisschen wenig Accuracy, ne? Okay. Okay, so, wie schnell ist's, Robo, plus 194, das Ding ist halt, er ist zu, äh, er ist schon, ne, er ist zu langsam, halt, ich will da eher, äh, Wasserstriker first und halt, dass der Chongpung dritten machen kann, ne? Hm, was werden dann gut, ich weiß wirklich, die, die, wie schaust du aus? Hm. Okay, Tanky Oliver, irgendwie auch Speed, Attack, HP, oder? Okay, HP, HP mit Attack Substats. Okay. Also, die ersten vier würde ich eigentlich schon so, so ziemlich als, als Core-Units picken. Dann bräuchte ich mal irgendwie noch eine fünfte Unit, ne? Ein fünfter Unit kann halt irgendwie variieren. Wir hätten halt zwei Speed Leads, ne, wir hätten zwei Stripper und so, Chongpung ist sowieso okay. Hm. Schauen wir mal irgendwie, wenn wir den, dass wir mit dem Robo abgeht. Schauen wir den irgendwie, schneller machen können. Okay, da hat er eh die schnellste Swift. Da hat er irgendwie sogar, ne bessere, ich weiß, ich sag gar jetzt halt, er ist nicht übel, ja, ich meine, da hat er sogar noch irgendwie für Stats. Ob ich das auch so rüft, ne? Okay, ich sehe, was der Plan irgendwie ist, ja. Hm. Das Problem jetzt halt, jetzt, nimm halt die erste Zeile her, minus Josephine, ja. Wie machst du irgendwie Damage halt, ne? Irgendwie, ich bin immer so so ein bisschen, okay, du hast CC, du hast Resets, du hast irgendwie halt Stunts, ja, du hast Attack Bar Reduce und alles, ja. Aber wenn du, ich weiß nicht, ne Molly und ne Riley hast, du kriegst halt nix down, ja. Also, das ist halt schwer, ich weiß nicht, was irgendwie, das wäre gut, hm. Ich meine, Savannah wäre auch wieder eine Option. Savannah ist immer eine Option. Aber mit Savannah Lining bin ich auch nicht ganz zufrieden, dann. Na gut, scheiß an, hm. Also, ich würde jetzt irgendwie mal sagen, Scheiß auf Sagar, ganz ehrlich. Ich bin nicht so der Freund von Sagar, deswegen werden wir einfach jetzt irgendwie Sagar strippen. So. Okay, dann warte, das ist eine Will Rune. So, was ist mit der Attack Speed, was haben wir da? Okay, dann mal. Okay, Speed ist eh gleich und die hat aber Accuracy, deswegen lassen wir die. Beißerlich mit meinen Fettfingern hier. So. Aha, Accuracy Rune, aha. Äh. Er ist schwer, nein. Eroberte hat einen scheiß Bass Speed. So, ja, lass mal irgendwie so machen. Oh, ist es hier. Okay, wenn ich dem jetzt irgendwie... Das Teil der Rampoller... Plus 2, 14, hm. Sollte man vielleicht, sollte man vielleicht trotzdem lassen. Wenn der Fall das wirklich irgendwie was, was Speediges halt spielt, ne. Robo kann es halt easy outspielen, weil halt der Bass Speed halt nicht so wild ist, ne. Mit, mit einer Segment und Eftel und so ganzen Blödsinn. Also, ich glaube, es hier werden wir trotzdem schon lassen. Okay, weißt du was? Lass einfach mal irgendwie das eine oder andere machen. Learning by doing. Ja, Judas, hm. Oh, ich soll Triton, hm. Serious? Joseph bin ich irgendwie auch... Was... Ähm. Ich glaube, es ist scheiße. Und das Ding ist... Ich würde Joseph bin auf... Ich meine... Ohne Skillups, glaube ich, auch mehr nicht drüber reden. Aber kannst du auf Grid Damage mittlerweile bauen. Scheiße, was mache ich gerade, hm? Ich habe keine Ahnung. Oder... Okay, keine Ahnung. Ja. Okay. Ähm. Ich weiß gerade irgendwie nicht. Ja, keine Ahnung. Ganz ehrlich. Okay. Bungee Zooka. Wir könnten trotzdem Channel One kriegen. Weil unser Liu zuerst drankommt. Und ich weiß nicht... Okay, er geht eh schon mit Crit Rate Lead. Ich gehe nicht davon aus, dass es ein Triton in Your Willis ist. Frage ist halt... Ob wir den Reduce bekommen, hm. So. Tu es. Irgendwas hat widerstanden. So. Erste Mal in meinem Leben, dass ich den Robo use. Oh, du verdammtes Drecksmiststück. Alter. Fick dich jetzt schon. Geh mir nicht am Sack, Judas. Wie gelackt war denn das gerade? Double Stunt, Junk-Pong und den Huren's Robo. Serious? Oh mein Gott. Das geht mir jetzt schon am Arsch. Oder wirklich? Was ein Scheiß. Und auf allen Units Silence auch noch. Wirklich Wahnsinn. Unglaublich, oder? Wurscht denn was für ein Ranking, oder? Die Leute brunzen sich weg. Das ist der Wahnsinn. So. Erst. Kann ich mal... Ne, sehr wurscht denn da. Bioproc? Na, warum auch, hm. Full Defense Break. Heftig, oder? Ist der Leo? Vaio wahrscheinlich, oder? Oh ne, Vampire. Ah. Reicht halt wieder mal nicht. Komm mal dran. Unglaublich, oder? Was ein beschissenes Gelacken mit dem Huren's Wasser Striker. Wirklich. Verdammtes Scheiß-Drecks-Unit. Double Disperse dann gleich, oder? Wahnsinn, oder? Heftig. Ich wollte es gerade sagen, oder? Hat die... Das ist auch schon so... Das ist doch scheiße. Das hat jeder schon alle Units, oder? Das ist so... Das ist so behindert. Leica, ne? Ah, ja. Eklat, ne? Ich weiß nicht, hm. Ich weiß nicht, hm. Ohne Scheiß-Drecks-Unit. Ohne Scheiß-Drecks-Unit. Der Band nach Orobo. Hm. Okay, kein Plan, hm? Da wäre es, wenn eigentlich, ganz schön wieder nicht übel. Ich hoffe, dass er halt nicht irgendwie viele Will-Runen hat, weil dann können wir dritten mit Jong-Pong machen. Outspeed tun wir auf jeden Fall, ja? Also Turn-One kriegen aber... Na gut, Jong-Pong ist auch... Jong-Pong sollte drankommen. Der ist sicher Speed-Tuned. Komm, Alter, mach schneller. Giana will... Oida. Ja, super, hm? Okay. Ha! Ha! Oh mein Gott, ja. Das war ja schade, ne? So, Bombs-Oliver. Ich wäre auf Jong-Pong gegangen, aber hey! So, lass irgendwie Daneidschaftchen machen. Okay, warum Justice-Usen, hm? So, ungedingendste Daumen. Oh, lass auf Giana gehen, hm? Da haben wir keinen Plan. Ha! Und er lebt immer noch. Scheiße, sie lebt auch immer noch. So. Jo, was ist mit dem Panda, hm? Der kann ja runen? Wieso macht der kein Damage, hm? Oder ist er wirklich so kacke? Oh mein Gott, der geht auch down, hm? Ist der Typ überhaupt da, oder ist schon wieder so ein AFK-Typ, hm? Na, ist sicher da. Okay. Ein letzter Dritter. Hat viel gebraucht, hm? Na gut, aber... Ich glaube, der Panda ist gar nicht so übel gegen Like, hm? So, machen wir mal dritten. Kannst du mal nicht Revenchen? Ist der Panda irgendwie auch bei, oh? Was ist der Panda, hm? Healblock? Nice. Und da geht er down, der scheiß Like, hm? Okay, jetzt muss ich schauen, hm? Ist der Dreckspender? Ja, da war ich schon zwei Artefakte, hm? So, mal da, hm? Irgendwas Vernünftiges? Irgendwas, hm? Okay, genau. Na, der wird das reinmachen. Na gut, hm? Das Beschissene ist, wenn die alle den Hunsfasserstriker picken. So, jetzt war irgendwie noch... Können wir den irgendwie... ...mit schwer gehen, hm? Dass wir den schneller machen, oder? 25 Speed. 20 Speed, hm? Warum nicht, oder? Oder weil es immer noch zu langsam, ne? Junkpong hat irgendwas, was? 102, 171, du hast 103. Warum irgendwie noch 3 Speed, ne? 1, 2, 3, 4. Yeah. 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Ja. Sogar, okay, und zwar es sollte ein Speed schneller sein als Chong Pong. Da wäre aber irgendwie Follow Up einfach noch. So, also endlich mal First Pick. Danke, die Kacke da. Diese Ohrschleiche alle mit ihren Rackdolls da, wirklich. So. Wenn ich jetzt den Robo pick, ja. Was killt die irgendwie, das ist eine ... Was hast du für Runen? Na ja, relativ squishy aber macht wenigstens Damage. So. Das wird bannen. Prinzipiell würde ich jetzt sagen, dass man einfach nicht ... Wenn der irgendwie wirklich gute Tanki Runen hat, was er hoffentlich nicht hat. Keine Ahnung, wie wir da irgendwie was killen würden. Aber hier. So. Okay. Na los Quads dann, ha. Yay. Hahaha. So. Heben wir uns auf, ne? Gut. Ich wär jetzt gern irgendwie greedy, ha. Wehe die Rallye progt raus. Mit Ansage oder weißt? So richtiger Klassiker. Ja. Hm. Es ist dann ... Ja. Ja. Kommt die Rallye pro meinem Jump-Punkt ran? Goethe nicht, du Idiot. Ja natürlich, Alter. Ja, es ist wirklich... Okay, komm, Robo. Was? Was? Strip denn nur bei FullHP oder was geht ab? Ich hab keinen Robo. So, greedy Bastardo. Who is Riley wirklich hasst? Unkill was scheiß Riley, ja? Okay. Das ist wirklich... So eine Mongo-Unit, wirklich. Ich meine, ich liebe Riley, aber... Ja, in AFC ist er einfach nur behindert. Oh, nice. Wirklich, das ist so... Warum das möglich ist? Wie sehr, dass du aus dem verdammten CC rauspocken kannst. Das ist das Allerdümmste, ja? Schau... Ich meine, komm Junge, Alter. Ich meine, komm Junge, Alter. Das ist einfach nur beschissen, dass das nach acht Jahren immer noch möglich ist, Alter, ja? Du kannst sogar, was genauso lächerlich ist... Wenn du... Wenn eine Unit vom Gegner stirbt und der irgendwie Nana hat, ja? Und Nana revivet... Kann er... Kann er Vioproppen? Was ist das, Alter? Und wieso pickt jeder von euch Behinderten Missgeburten in dem Scheiß-Ranking den verdammten Wasser-Striker-First? Seid ihr alle irgendwie... Ich weiß nicht, Alter. Wirklich. Oida. Unglaublich, wirklich. Was pick ich jetzt, hm? Keine Ahnung. Das Fakturarm... Was... Ich bin wirklich... Scheiß... Wasser-Striker... So unnötigster Buff ever, ja? Wirklich. Komm, pick, hm? Ach, Belly, oh, ja. Was machen wir da? Warum eigentlich nicht, oder? Hm. Will ich den Scheiß-Wasser-Striker bannen? Dann... Ja, oder? Wir haben eh reset. Okay. Wie schnell bist du? Wieso? Keine Ahnung, Alter, wirklich. Das Ranking ist... Das Ranking und dieses Team sind zu schwer für mich hier. Ich kann nur ein und dasselbe. Jesus. Ehrlich? Unser Ding ist schneller? Scheiße. Lass es machen, hm? Okay. Nicht übel. Oh. Ja! Du verdammter Judas, Alter. Leck mich am Rush, Alter. Wirklich. Was ist das schon wieder? Wichser, Alter. Wirklich. Wo ist meine Tech Bar Reduce, ha? Scheiß-Dreck hier. Wirklich. Ach. So. Kein Plan, was soll man fokussen, ha? Oh. Waiu Brock, ha? Lass es auf Kaki gehen, ha? Ach Gott. Mach schon keine Skill-Ups. Erst, Alter. Ohne Scheiß, ja? Mein Komm, das ist so lächerlich. Wirklich. Ja. Lief, Alter. Wirklich. Wichser, Alter. L-Baguette, Alter. Wirklich. L-Baguette, ha? L-Tumor. Ja, Skill-Ups ist halt auch schon wieder, ne? Ich weiß. Es ist... Na, 3-2-Place oder irgendwie so, ist schwer. Es ist auch so eine behinderte Mechanik, Scheiß-Devil-Mons einfach. So, wo bist du, ha? Na gut, ein paar da eher. Aber das Ding ist halt, ja, Cooldown Reduce for the win, ne? Virgin Momo, ha? Ja. Wen wundert's? Wollt's? 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 Er sagt schon scheiße. Keine Skill-Ups. Verath und Shizuka. Spacken. Hab ich gerade auch überlegt. Okay, scheiß an. Elrobo. Oh mein Gott, Alter. Okay, sieht man das? Warte kurz. Ich habe gerade in einem Necro-Run, also in einem Zehner-Dings, vier Legendary-Runen bekommen. Wetten werden angenommen, wenn viele Flats sind, aber es sind Slot 4, zweimal, Slot 1 und Slot 5. So, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Keine Ahnung. Okay. So. Junge, wir werden vollgeklebt, aber das Ding ist, du wirst nie drankommen. Im Normalfall. So, die erste. Vampire Slot 4 Defense. Mit Speed Innate. Verkaufen. Rage. Low Sub-Stats. Speed Innate. Verkaufen. Will Crit Rate mit absoluten Crab Stats verkaufen. So. Bleibt ihr nur noch eine. Strip Shizuka. Max Accuracy. Stun wenigstens alles, ha? Aber, zweite Chance, weil ich umgerund habe. Bada bumm. Bada bumm. Dismount. Oh mein Gott. Bada bumm. Macht das irgendwas? Keine Ahnung. Ne. Planting. Aber wir haben nicht eh resettet. Ja, dankeschön. Und ich habe auch resettet. Nice. So. Robo. Schau mich an, ha? So ein Cleavergott ich bin. So. Und. Die vierte Rune. Alle verkauft. Dankeschön, ha? El Clasico. So, wir sind C1, ha? Ja. Aber das Ding ist, ich glaube, er will irgendwie höher. War ja schon mal. Ich glaube, das ist eh letzte. Ja, letzte Season, ne? Maximus. Oh. Maximus. Maximus. Oh, scheiße. Was machen wir jetzt? Back to Fighter, ha? Ja, sicher auf meinen LD flexen, ha? So scheiße. Like können wir nicht picken, ha? Oh mein Gott, ich bin jetzt auch so ein, so ein verdammter Baster, der Marsha mit Leo pickt, weißt? Ja. Egal. 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 Braha. Ich glaube, ich bin, ich weiß es nicht. Destiny ist okay, ha? Irgendwie so ist alles okay. Chung Pung ist irgendwie auch okay. Destiny könnte es irgendwie, okay. Band eh in. Ja, guck mal, ne? Okay, Wasserstriker. Sein Chivu first, eh klar. Prockt unser Passive und Quadstun. Na gut, Triple Stun reicht. Scheiß auf Chivu. Er hat nicht einmal gestrippt, oder? Andere Leute kriegen da, weiß ich nicht. Triple Stunz und alles, aber... Der Klassiker, einfach wirklich. Na gut, wir haben ja noch eine Chance mit Juno, oder? Abklingzeit erhöht. Nice Resistance, ha? Stun! Das ist so unfair, ja? Ich mein... Er gewinnt's eh, ja? Aber... Stun! Wow, Chivu ist Stun, leider. Könnt man drauf verzichten, ganz ehrlich. Oh mein Gott, Alter. Das ist wirklich unglaublich. So heftig, manche Leute, ja? Das ist ein Down, ha? Vioprock für ein Comeback, ha? Ja, wieso stunzt du nicht, Juno? Ah, unser Strike ist gestun. Stand doch mal, wir haben da Vioprockt schon wieder. Wahnsinn. Shizuka macht auch nix, ha? Das Ding ist halt, wir kriegen Prahne halt nicht Down, ne? Wenn die anderen da sterben. Das kann halt... Jesus, ha? Ja! Die überleitet die bessere Runen, ja? Aber trotzdem... Ich weiß, Shizuka. Oh, hört. Ein bisschen mehr Resistance wäre nicht überall, ha? Aber was ist das hier? Hm. Auch nicht so viel, ha? Na, gute Idee. Ja, jetzt sehen wir Resistance, aber ja, Crit Damage und um der Tackle ist halt voll wasted. Ja, Scheiße. Ja, Scheiße. Keine Ahnung, das ist halt echt schwer irgendwie. Ja, das ist halt echt schwer, wie ist das so. Aber das Ding ist einfach auch, du spielst halt gegen Leute, die halt eindeutig höher sind, ja? Als was sie halt da irgendwie... Keine Ahnung, was mit denen abgeht. Volantis First Pick, ha? Oh, Gott sei Dank. Ganz ehrlich, ja, die Leute sind da nur noch irgendwie dumm Schwulen, ja? Na, was kommt noch, ha? Antares? Antares und Laika wäre lustig. Oh, Rika, ha? Also, Bun Reilly picket irgendwas mit Feuer, ah, mit Wasser, ne? Jetzt pickt der Oli was? Alter! Hey, da! Dein fucking Ernst? Was hab ich noch als Speed Lead, ha? Ich hab gar nichts irgendwie Speed Lead mäßig, gell? Also, wirklich gar nichts. Lohnt sich da Shizuka, ha? Na, Juno wäre auch grad wild gewesen, aber... Ich muss ja, glaub ich, trotzdem Volantis bannen. Okay. Ja, jetzt wird es so Riley, weißt du, da irgendwie Leute, die Riley in Art hier picken, ich weiß nicht. Ist jetzt irgendwie auch kompletter Müll. Robo fast schon down. Ja, Scheißabend, ha? Okay. Und Defense Breaker. Na gut. Wehe, die verkackte Riley ploppt wieder raus, ha? Wehe, die, äh, da. Oh, kill ihn doch, ha? Scheißdreck. Nice reduce, ha? Healblock. Also, ha? Attack break. Geco, äh, da. Serious? WTF, ha? Komm, stun mal was. Weiter. Bist der Epper, der hat überhaupt kein Damage, ha? Okay, letzter, dritter Skill, reduce die Riley. Oh mein Gott. Okay, stun die Scheißrika wenigstens einmal. Na gut, im Normalfall, du kannst von mir scheiße Schier killen, aber ganz ehrlich. Wasserstriker größer, größer Feuerstriker. In 101. Oh man. So, da sind wir wieder C1, ha? Merlin Royal, ha? Wasserstriker. Na los, Spaghetti, ha? Okay. Okay. Ist der, also, auf dem Ranking, alter, ja? Was die Leute... Gianna, ja? Was ist das jetzt? Die zweite Gianna. Rektor haben wir schon gesehen. Valentis haben wir gesehen. So. Ja, wer hat einen Will von uns? Du hast Will? Du hast auch Will. Du hast keinen Will, aber scheißegal. Und dann pickt er wieder sowas, Alter, du verdammte. So. Ohne Naga. Verratt, ha? Du bist auf. Ah, du bist nicht auf Rill. Hm. Scheiße, ja, jetzt... Pfff. Okay. Na gut, er hat uns einen Stripper gelassen, ha? Wollte gar nicht sagen, jetzt irgendwie ohne Robo. Hm. Wir kriegen auf jeden Fall Turn 1. Aber im Prinzip, wir müssen fast schon Turn 1 gewinnen, ja? Wenn unser... Wasserstriker nicht irgendwie scheiße macht. Ich muss leider boosten. Mit Gianna leider schneller ist. More? Okay. 3, die ich bin, lasst den Idioten da resetten. Schau' ich mal an, Alter. Ja, komm. Stunberat. Stunberat. Na gut, scheiße, Bolivar. Ja, lasst machen. So. Okay, gehen wir auf ihn, ha? So. Ja, lasst einfach Damage machen. Die anderen beiden, schau' ich, Prock halt schon wieder. Die anderen beiden, die wirst du gefree sind, können eh nicht rausprocken. Die sind eh auf Swift, nehme ich an. Die anderen beiden heben wir uns gerade auf. Ich schau' ich jetzt nicht noch einmal, leider, ja? Stunberat. So. Dann... Gehen wir auf Gianna. Sehr gut. Reese. Okay, Double, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Habe ich auch schon überlegt. Ich habe die scheiß Wasserpuppenspielerin Tussi da, ne? Und sie hat halt auch einen fetten Bassbeat. Egal. Das Problem ist, das hilft mir alles. Nichts gegen Wörts. Back to Fight the Free, du Gianna-User, ha? Jesus, die Leute. Also, das Problem ist einfach wirklich... Auch der Dings, der Tussi hat halt guten Speed, kann man nicht sagen, ist okay, ja? Aber er macht halt auch wieder... Er macht halt keinen Schaden, ne? Es ist halt... Du merkst dann einfach... Ne? Er hat halt übelst wenig HP, ne? Jesus, hier kann ich die Rune haben. Wackert ist da eigentlich ein Dings. Die Resistance sind unnötig. Okay. Flat Attack Rune, das ist das Problem, ha? Ich habe eben auch so viele Flat Runden, die... Die viel Speed haben, das ist unnervig. So, Riley... Und Wörth, ne Klassiker. Aber ist mir scheißegal. Ich bann auf jeden Fall die Riley. So, ich kann keinen Berattingly picken, wegen der scheiß Josephine. Was ist jetzt Dominic? Dominic ist halt Dominic. Ich glaube, das ist der Dings. Der Dings, der Dings, der Wind Monkey gar nicht so übel da auch, wer war. So, jetzt bin ich gespannt auf dieses Isilien-Vieh. Falls ihr nicht wisst, was er kann, ich weiß auch nicht. Oh ja, ich weiß es so halbwegs. Revenge, halt. Also wenn irgendwie ein anderes Target Attack mit Revenge, dann macht er ziemlich viele Dots. Word Revenge nicht. Brav. So, das Ding ist, wir machen es halt trotzdem, dann Proctor Josephine. Gar nicht so übel, ha? So, er wird sich immer ein Oliver provokten. Er provokt mein Dominic. Nein, tut er nicht. Kann man alles strippen. Nein, kann man auch nicht. So, aber wir resetten Mo. Und... Warum nicht, oder? Unendlicher Hass. Jawohl, Leute. Abklingzeit erhöht auf dem Scheiß-Wert. Und da geht der Daumen. Behindertes Miststück, ha? Ja. Yeah. Egal. So, als nächstes Fokus mal den da. Nice Violent, ha? Da kann er eben nicht Revenge-en. So, lass dich resetten. Molon sollte irgendwie eh noch resettet sein. Scheiß auf die paar Dots. Interessiert mich nicht. Stunning was oder auch nicht. Warum auch? So, Robo. Schau, Alter. Rang 29.799, ha? Irgendwie... Ich finde irgendwie man an den Rankings, merkst du irgendwie wie tot das Spiel, glaube ich, wirklich ist, ja? Ich meine, hat nicht irgendwie Summoner, so, ich weiß nicht, 80 Millionen Downloads oder so, ja? Und ich weiß schon, wenn es irgendwie halt 100 Punkte weniger wäre, dann wäre es irgendwie Rang 100.000 oder so wahrscheinlich. Aber trotzdem. Aber es wundert mich auch nicht, ja? Ganz ehrlich. Da ist heute wieder dieser Patch rausgekommen, so ein kleiner Mini-Patch, so unnädig, ja? Ich glaube langsam wirklich, dass sie die Patches machen, um den Grund zum haben, ein neues Pack rauszubringen. Und sie haben zwei neue Packs rausgebracht, ja? Oder halt so ein... So ein, naja, so ein eines Pack halt, was links auf der Seite irgendwie aufpoppt. Und dann irgendwie so ein neues 80 Euro Pack, was du irgendwie fünf Devilmonds kaufen kannst. Ja. So, Pick. Junge, ha? Ja, gib mir einen Free-Win, ha? Nichts dagegen. Ich weiß nicht, ob du irgendwie höher kommst. Das ist schon irgendwie... Das Ding ist, die Leute sind da nicht so schlecht, ja? Da ist... Also wenn du wirklich zum Beispiel hören hast, irgendwie, ob ich jetzt irgendwie G2 bin oder RC3. Ganz ehrlich, so viel Unterschied ist da irgendwie nicht mehr. Das ist... Ja. Ist er da oder ist er nicht da, Alter? Bellio, Juno... Ist der bei Raad eigentlich schon da gar nicht so übel wär, hm? Aber scheiß, Bellio ist auch so eine Drecks-Unit einfach. Warum nicht, oder? Schau, weißt du, weißt du, und er ist aber eh da, ja? Da sind solche Arschlöcher, diese Leute. Wirklich, ja, da fickt euch unendliche Missgeburten. Da immer meine Scheiß-Zeit verscheißen, ja? Was bringt ihnen das? Außer, dass er den Leuten am Arsch geht. So. Wir müssen gewinnen. Okay, brav, brav, brav. Stun alles. Ja. Na gut. So, das Ding ist halt. Wirraad hat ein bisschen zu langsam, aber scheiß an. So. Okay, nice dismount, hm? Ah, wirraad haben einen zweiten, hm? Scheiß an, hm? Ich hab keine Ahnung, ob mal Resets gelandet haben. Halt mit, mit Jongi. Jongi, Jongi. Ja, voll idioter, da weißt du, die unnötigste Unit, aber kill ihn, ist eh okay. Jetzt tut er wieder so, als ob er nicht da ist, weißt du, verdammter Judas. Wirklich, oder? Ich hasse diese Leute. So. Geh mal auf Shizuka, weil Defense Break oben. Absolut in den Arsch gefickt, Wichser. So geil, wie man nie, wie man nie, wie man nie CC auf Juno landen, hm? Was ist das hier? 200 Resistance Juno? Mindestens, hm? Ja, ja, du Bastard, wirklich. Du so, als ob du AFK bist, hm? Instant Wasser Striker gebannt und dann so tun, als ob AFK ist. Wirklich, oder? Da frisst die Iron Fist, hm? Na gut, das war nix, aber Scheiß an. Double Kill für... Na gut. Single Kill für Verrat. Ja, nicht einmal da gekommen, der Bastard, hm? Nicht einmal da gekommen, der Noob. So, keine Ahnung, ich würde irgendwie sagen, ich mach da wieder Schluss. Weil, ja, YouTube ist jetzt irgendwie strenger geworden mit, keine Ahnung, Rages, Beleidigungen, ja? Obwohl es die Wahrheit ist. Ja, kein Plan, was du irgendwie machen solltest. Ich mein, pff. Ehrlich gesagt, ich glaube, irgendwie hat mir geschrieben, so C2, C3. Wie, ich würde mir ehrlich gesagt gar keinen Kopf so wirklich drüber machen, ja? Das, das kommt einfach, ja? Ja, das, das kommt halt... Bei dir ist halt irgendwie genauso wie bei allen anderen halt, ne? Es, es fehlt halt an, an den, den, den besseren Runen, ja? Ja, ich meine, ich bin nur ein ganz guter Monster Pool, ja? Ich mein, das Problem ist halt, du kannst halt nicht runen, ja? Das ist halt das, das Ding, ja? Ich mein, das könnte ich auch nicht. Ich könnte auch nicht alle diese ganzen Units, die da alles sind, ja? Ich könnte ja auch alle nicht irgendwie vernünftig runen, ja? Oder halt so runen, dass sie irgendwie in G2, sag ich mal, passen. Naja, vielleicht ich schon, aber... Na, was die besichtigt, aber auch. Keine Ahnung. Ich würde mir da gar nicht so irgendwie einen Stress machen, weil... Seien wir sich ehrlich, ja, am Ende ist eine komische Aura halt, ja? Nicht mehr irgendwie ein Skin, selbst ein Skin ist nicht einmal die Arbeit wert, ja? Ich... Für mich ist halt RT einfach nur YouTube-Content, ja? Ist das Wetschert? Ja, wirklich, ja. Ha! Ja, gell, ihr Wetschert? Ja, das ist ja ihn auch, Julian, ja? Er ist auch nicht so übel, er könnte irgendwie auch carryn, aber das Ding ist halt... Was... Was... Spiels halt mit jemandem gebannt wird, ja? Ein Mirror nehmen, wäre irgendwie auch lustig, ja? Mein, so ein Lucian Cleave funktioniert halt heute auch nicht mehr, weil einfach... Gibt so viele Units einfach, die so einen hohen Basebeat haben, ja? Du kannst irgendwie nicht Kabila picken, weil der dritte Skill halt useless ist, ja? Für einen Lucian... Du kannst halt mit einem Draco spielen... Weil der halt irgendwie einen halbwegs vernünftigen Basebeat hat, aber jeder normale wird dann irgendwie Draco bannen und dann halt eben gegen Bastet oder was spielen... Ja... Schwierig, ja? Schwierig, ja? Na gut, scheiß an! Ja, ich mach da jetzt wieder Schluss... Geht ihr ungefähr eine Stunde? Keine Ahnung, ob dir da irgendwie was geholfen hat, ganz ehrlich, ehrlich, ich... Ich weiß nicht, wie man den Leuten irgendwie helfen soll, ja? Das ist... Ich weiß nicht... Ich... Ich finde es immer lustig, wenn die Leute schreiben... Ja, danke, hat mir voll geholfen... Und ich denke mir nur so... Was habe ich irgendwie gesagt, was dir geholfen hat, weißt? Keine Ahnung... Ich weiß nicht genau, wie man... Wie man... Wie soll ich dir helfen? Du brauchst... Einfach... Wenn du... Mit den Units, ja? Die du hast, ja? Und besseren Runen... Wärst du automatisch... Höher, ja? Das ist halt einfach so... Alty... Ist ein Mix halt aus... Monstern und Runen, ja? Oh... Stream Elements... Sponsorship... Wow... Hörend 3000 Dollar... Ja, her damit... Also... Gut, ja... Wie gesagt, ich mach jetzt Schluss... Ähm... Ja, noch was irgendwie... Die Leute, was sich da irgendwie... Sag ich mal, so beworben haben... Äh... Es haben sich irgendwie... Keine Ahnung... So 20 Leute oder so gemeldet, ja? Und... Und es wird halt ein bisschen dauern... Irgendwie... Ich versuche da jeden irgendwie... So ein bisschen... Eine Stunde zum Gönnen... Äh... Falls ich irgendwie... Vergesse oder so... Ihr könnt mich ruhig irgendwie... Ein paar Mal... Darauf ansprechen... Oder so... Ein paar Mal nerven halt... Ist kein Problem, ja? Nicht übermäßig Spammen... Gut, also... Ich hoffe es hat euch gefallen... Danke fürs Zuschauen... Bis zum nächsten Mal...